ok ja servus also ausgegebenem anlass mache ich jetzt heute mal ein video zum amerikanischen lvt oder lvt und ich zeige euch jetzt erstmal kurz meine spezialisierung das ist alles andere als ideal wahrscheinlich das war jetzt noch mal meine spezialisierung also hier oben natürlich das ist das finde ich auf jeden fall mit eines der wichtigsten dinge des spektiv dass die infanterie gesichtet wird hier der rauchwerfer ja gut okay da könnte man jetzt eventuell noch den brandsatzwerfer ausprobieren ja panzerbrechende munition habe ich mal mitgenommen weil ja ich kann auch ein panzer oder zwei sogar in dem video deswegen war das gar nicht schlecht wo es darum geht ist hier das m2 zwillings mg zur flugabwehr ich habe das mal ein bisschen abused und habe da mal ein bisschen auf infanterie geschossen ich meine naja es funktioniert gut ich habe die die feldreparatur und man hätte natürlich auch noch das also das erhöhte turmdrehgeschwindigkeit und hier die 33 prozent mehr munition nehmen können ich habe dann hier noch den erhöhten feuerraten das finde ich eigentlich auch nicht schlecht dass wenn man auf was schießt soll es auch möglichst schnell umfallen deswegen genug munition hat man sowieso dabei ich glaube da hat 600 schuss dabei für die fürs hauptgeschütz und das reicht vorne und hinten so das war die skillung oder die spezialisierung und ja ich würde sagen dann geht es gleich los viel spaß ach ich bin mir überhaupt nix ja Mit deiner Scheiß-Kanade machst du mir mal gar nix. Oh, ich mach da da ganz, cool. Oh, war mal zu Ehe. Stau im Dschuckel. Oh, da ist Panzer. Oh, ja. Okay, habt ihr mal voll die Seite geschossen. Ja, da hab ich leider nur ein bisschen Panzerbrechen da. Mich sehen noch nicht mal mehr. Nee. Alles zugeschmogert hier. Ist alles voll Mädchen, ich bin gleich weg. Oh, da ist er ja. Ja. Hallo. Ich mach einfach mal. Oh, ja. Stoß richtig. Was? Ich hab ihn. Ja, aber jetzt auch. Ganz schön drauf rum. Das ist schon wieder so dreckig was ich hier mache, ey. Wahnsinn. Wenn's das Spiel doch zunäßig. Na? Ach. Okay. Oh, wo ich hier mit dem Arschloch lang fahre. Scheiße. Uh. Jetzt hab ich wieder. Hier lagen glaub ich Minen oder sowas. Felix. Oh, fuck. Doch. Da lag noch, Alde. Ja. Ja, nehmt mal ein. Ich mach hier kurz. So. Noch eine vielleicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier war noch was. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab ausgeteilt. Ich glaub ich muss jetzt mal zurück zu nem Vehicle wollen. Dann geh los mit mal kurz pissen. 21.0 hat er schon wieder. Naja, mit dem Ding hier. Das ist hier. Ihr Flugabwehrgeschütz. Das ist geil hier im Dschungel. Das ist gegebenenfalls hier total dreckig. Was macht ihr im Dschungel? Macht das genau das was es soll. Lauter Männchen töten. Rumble in the jungle, oder was? Rumble in the jungle, oder was? Oh. Oh. Au, ja. Fahr aber zurück. Geht ab. Alter, hier ist alles voll. Ja, ist auch Sinn. Hab überrascht. Oh, ja. Da kommen auch Panzer, ne? Ja. Oh, wir benutzen jetzt auch zwei Stück bei dir. Das sind ein Pack, die ist da besetzt. Mehr sehe ich grad nicht. Das ist nicht mehr besetzt. Wenn du da mitten jetzt zu D-Reinwerfer hast, zehnmal vorherig sein. Der Panzer steht bei E irgendwo. Da war einer magiert war. Ach du Scheiße, ich hab da oben in die Höhle geschossen. Hahaha. Gottchen. Oh, guck mal, ich schieß nochmal ein bisschen in die Höhle rein. Da ist wieder alles eingefix. Oh, ja. Einmal durch den Rauch durch. Herrlich. Das Ding mal aufbauen jetzt. Ich will... Ich will das Schweigen mal sein Ja. Okay. Hier kannst du dich aufbauen, Geni. Du musst dich aufbauen, Geni. Du musst dich aufbauen, Geni. Ich hab nur genug. Ah, links kommen wir zum Seiten. Ja, ich glaub der Tudli ist jetzt erstmal kurz leer. Da haben sie keinen Bock mehr jetzt. Nee. Aber die laufen alle hinten rum. War zu weit ist. Auf der Seite kommt die gleich. Oh Mann. Na ja, freu dich doch. Ich freu mich mal mit. Ja, alle mann freu sich jetzt mal für den Blackout. Ja, Blackout. Oh, du hast dich null. Ja, warte, kommt gleich. Gib mir fünf Minuten. Oh. Alles wieder gut, Soldat? Die haben hier gerade einen neben mir aufgehoben. Ich bin ja ein bisschen disabled. Aber nur ein bisschen. Der Typ liegt da und ist markiert. Da schießt keiner drauf. So, gehen wir zu Ehe. Oh, das ist ja ja. Ja, ja. Das Ding muss ich ja auch mal testen. Irgendwann, ne. Ich brauche zwar viele Treffer, aber es schießt auch schnell. Und ich muss nur noch gedrückt halten, weil es halt ein Level-Dub hier spezialisiert. 41 Schuss. Achso, und viel. Keine Ahnung. Oh, jetzt passt er. Oh, der geht in die Granate. Boom. Ja, der Panzer ist weg. Scheiße, liegt der in die. Ich muss jetzt, glaube ich, auch mal raus hier. Das ist nichts für den Panzer hier. Oh, shit. Da habe ich ihn doch schon. Nee, fährt doch. Nee, fährt doch mal raus. Nein. Ich bin doch bei der Blocken. Hier! Oh, das kommt dann hier. Oh, das ist ein Zünder. Oh, das ist ein Zünder. Oh, das ist ein Zünder. Säubern hier. Ach, Matti, warum bist du denn einfach da geblieben? Haha, da war einer. Da, hier liegt man mit der Panzerbücher unten drinnen. Da. Hier unten drinnen. Hier unten drinnen im Haus, da. Genau wo meine Maschine ist, sicher. Was? Ja. Ich rauf's nicht. Ich rauf's. Scheiße, ey, sorry. Ich hab da alles reingeschossen, weil ich hab'n mit der Dingsgesichtin hier mit der Flecker. Ja, ich hab'n mit der Dingsgesichtin hier mit der Flecker. Ja, ich hab'n mit der Dingsgesichtin hier mit der Flecker. Nee, ja, ich hab'n hier alles parkiert. Das ist schon okay, so. Rot, wo ist das? Rot! Ja, okay. Das ist ja. Aber, wie kann man sich denn da wieder hinlegen? Ja, das ist ein typisches Hyperfall. Level 36, oder was der war. Normal. Einfach durchs Bambus durch. Haben wir wieder die richtige Geräte für die richtige Aufgaben gebunden. Oh, ja. Das ist ganz schön drecklich hier, muss ich schon sagen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wie nennt man das gedürft? Der war vorher noch stärker. Ja, vorher haben die 50er hier ganz schön mehr weggeholtzt. Hast du, hast du nur angekratzt, da waren sie schon tot. Na? So, da, wo sind sie hier, da musst du irgendwo der Tunnel sein. Mal gucken, ob sie da gleich wieder rauskommen. Ich muss erst mal E wieder einnehmen. Mach nicht E. Nee, D wird auch schon wieder genommen. Ja, dann. Fahren wir mal zurück nach B. Ja. Ach, da kommen ja gleich noch zwei schöne Maps, aber wieder eine hübsch-Pattlesienrunde. Ja. Wenn nicht immer diese scheiß anderen zwei dazwischen wären, oder drei. Dann wärs noch schöner. Sollten wir die ganzen Japaner-Maps, sollten sie mal alle auf einem Stück machen, aber... nicht so blöd verteilt in der Map-Rotation. Und ja, das machen wir extra, damit das gespielt wird. Das haben wir jetzt schon ein paar mal gelesen und gehört. Oh, Kundschaft haben wir hier. Ich weiß noch nicht so genau, wo. Irgendwo drin. Totten wir mal hier. Aha. Da. Da drin. Da drin. Ganz praktisch, so ein Flair-Ding. Das ist prima. Hat er sich gleich verraten? Der Trottel. Wieder einer. Ja, ja. Irgendwo ist wieder was. Oh, Ari. Ari, raus hier. Komm, fahren wir grad jetzt. Ja. Jetzt erst die rumschließen. Ja. M2A. Ganze Scheiße. Carapiga. M2. Nimm mit dich! Nee. Nee, nee. Los. Aha. Dankeschön. Oh, A ist heiß. Ja. Heiß ist A. Okay. Ich hab mich oben so geblieben. Ich komm zu A. Oh, das ist mal überschmuchtig. Nee. Hey. Oh. Einfach mal durchs Bambus durch. Ja, da liegt auch noch einer. Ja, da liegt auch noch einer. Durchs Metall schießt es leider nicht durch. Da liegt am Rampschneider. Ja. Lasst mir auch was übrig. Nein. Ja, das ist echt. Das ist ein Panzer hier mit den Geschützen, ey. Helder, walder. So, machen wir's jetzt mal. Nein, ich bin jetzt irgendwo voll scheiße, wie der steht, ey. Okay. Mal kurz einmal reparieren. Na? Da ist B schon wieder weg. Das Ziel doch! Erobert es! Hier unter Wasser ist auch alles voll. Sieht ja schon cool aus hier. Na. Schon. Ohne einer Gewöhnungsphase, so schlimm. Na, Butch. Oh, da passt der durch. Geil. Gut. Da sind wir doch einer strömt. Also man kann das schon spielen. Oh, oh. Ja, komm. Wir schaffen das noch einmal zu 10. Noch mal ein paar Kills. Zwei, drei mehr noch. Zwei, drei mehr noch. Ja, wo ich grad hier schon wieder bin. Just one more. Hinter euch hier. Erinnert mich voll an Hexor Ridge. Nur noch einer mehr. Ha, so, ja. Guck mal hier, ist ja alles schön markiert. Ja, hier, zwölf, zwölf. Ja, gegen den kann ich leider... Oh nein, ich bin ausgestiegen. Ja. Boah, grad zur echten Zeit. Nein. Haha, ich bin drauf gegangen. Bin wieder eingestiegen. Ja, wär ich doch draußen gefiegen. Idiot, ey. Oh, Boot. Da. Barte, Lurie. Weg hier. Ich hab's gerade so mal rüber geschafft, ey. Ja, das waren glaube ich auch 6 Stück. 4 und 6, 1, 65, Alter. Was geht ab hier? Das war ganz gut, ja. Ich hab mit mal 10. Oh ne. Ich hab mir mal einen neuen Spritzer probiert. Wow. Urschloch. Ja komm schon, das ist der, haben wir schon noch gekriegt. Da noch. Oh, das ist ja enemy Artillery. Oh na. Nein! Nein! Der sniper da hinten. Oh jetzt was los. Oh ja, grad noch ne V1 rein, das wär gut. Nein! Komm schon, komm schon. Ah, geil. Oh, oh, oh. Oh. Alter. Chi Chi. Killer ey. Jeder. Oh ja. ожj Untertitelung des ZDF, 2020